Ja, moin und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Die dritte Quest steht an, schwerer als die letzten beiden. So viel soll sicher sein. Loadout hat sich auch verändert, heute nehme ich den Octane. Die Mastiff und die Hemlock ist am Start. Viel Spaß und wie immer schreibt in den Kommentaren, was ihr von der aktuellen Quest haltet. Ist sie zu schwer, ist sie zu leicht oder 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 ich bin auf eure Kommentare gespannt. Ich finde es übrigens schade, dass die Voice-Lines nicht irgendwie synchronisiert wurden. Okay. Also wir müssen auf jeden Fall die Totems kaputt machen. Zwei von sechs. Uh. Geh weg. Da kriegt man ja direkt Angst. Oh. Wo ist denn jetzt der Totem auch da drinnen? Willst du vielleicht mal hier drauf? Keine Fresse. Oh, Alter. Eindeutig zu viele Brawler. Krass. Macht aber auch nicht kaputt. Ding. Oh, meine Fresse, ist das hektisch. Irgendwie klettert er nicht richtig. Jetzt. Danke. Oh, ich kann wieder normal rennen. Das ist schön. Wo muss ich hin? Da hin. Okay. 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 Nein, ich will auf die Zip bleiben. Du Trottel. Also es hat es ganz schön in sich. So, jetzt aber. Okay. Oh, ich kann doch mal springen. Okay. Muss ich tatsächlich auch mal heilen, wenn man dazu kommt. Da muss ich hin. Also die dritte Mission hat es ganz schön in sich. Sicherlich auch hier gameplaytechnisch wieder etwas ausbaufähig, wenn man dann weiß wie es läuft. Aber ansonsten meine Fresse. Richtig, richtig geile Quest. Ich bin auf jeden Fall schon auf die vierte gespannt. Das soll es schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Achso, wir schauen uns vorher mal die Belohnung noch an. Ich weiß noch gar nicht was kommt. Der Ladebildschirm dauert wie in der zweiten Quest wieder etwas länger. Es wird wahrscheinlich wieder so ein Diamanten-Anhänger sein, wie beim letzten Mal. Auf jeden Fall das Artefakt. Und... Ah, okay. Diamant halt. Gut, die Story gehen wir natürlich jetzt wie beim letzten Mal wieder nicht durch. Ich bin nicht der beste Vorleser. Das soll es jetzt gewesen sein. Wie gesagt, lasst dir ein Video einen Daumen an. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Bis zur nächsten Quest in einer Woche. Das war es von mir. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.